Ich lerne Deutsch. Nummer 2154 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich stehe noch unter der Dusche. In ein paar Minuten bin ich fertig. Ich überlege mir meine Schachzüge sorgfältig. Warum gehst du jetzt weg? Willst du nicht mit mir reden? Warum gehst du jetzt weg? Willst du nicht mit mir reden? Wie kommen die ganzen Termine in meinen Kalender? Das schaffe ich nie an einem Tag. Wie kommen die ganzen Termine in meinen Kalender? Das schaffe ich nie an einem Tag. Meine blauen Schuhe haben schwarze Schnürsenkel. Innen sind sie orange. Meine blauen Schuhe haben schwarze Schnürsenkel. Innen sind sie orange. Ich spiele viele Instrumente. Nun ist eine Geige hinzugekommen. Ich spiele viele Instrumente. Nun ist eine Geige hinzugekommen. Das Buch ist toll. Evelyn hat ein Pferd von ihrem Vater bekommen. Das Buch ist toll. Evelyn hat ein Pferd von ihrem Vater bekommen. Seitdem ich den Fitness-Tracker benutze, fühle ich mich viel besser. Seitdem ich den Fitness-Tracker benutze, fühle ich mich viel besser. Ich interessiere mich für Flugzeuge. Wenn ich groß bin, werde ich Pilot. Ich interessiere mich für Flugzeuge. Wenn ich groß bin, werde ich Pilot. In der Regel stehen auf einem Grabstein der Name, das Geburts- und Todesdatum des Verstorbenen. Zusätzlich kann der Grabstein durch Trauersprüche oder Bildmotive ergänzt werden. In der Regel stehen auf einem Grabstein der Name, das Geburts- und Todesdatum des Verstorbenen. Zusätzlich kann der Grabstein durch Trauersprüche oder Bildmotive ergänzt werden. In der Regel stehen auf einem Grabstein der Name, das Geburts- und Todesdatum des Verstorbenen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Nach dem Einkauf schaue ich mir die Kassenzettel genau an. Nach dem Einkauf schaue ich mir die Kassenzettel genau an. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und auf der Suche nach einem Navigationssystem für mein Smartphone. Unser gemeinsames Hobby ist das Fechten. Wir haben noch Zeit bis zum Abflug. Was sollen wir bis dahin tun? Wir haben noch Zeit bis zum Abflug. Was sollen wir bis dahin tun? Wir haben noch Zeit bis zum Abflug. Was sollen wir bis dahin tun? Ich bin erkältet. Meine Nase läuft. Ich nehme Nasenspray. Ich bin erkältet. Meine Nase läuft. Ich nehme Nasenspray. Als Trainer habe ich mein Team immer im Blick. Leider lassen die Jungs viele Chancen liegen. Als Trainer habe ich mein Team immer im Blick. Leider lassen die Jungs viele Chancen liegen. Du hast mich zweimal maßlos enttäuscht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Du hast mich zweimal maßlos enttäuscht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Das Wasser für den Tee koche ich mit dem elektrischen Wasserkocher. Hier schaltet man ihn ein. Nimm einen Apfel mit in die Schule. Nimm einen Apfel mit in die Schule. Nimm einen Apfel mit in die Schule. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Ich mag es überhaupt nicht. Ich will das nicht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like.